Und Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Letztens sind wir hier ins Bett gegangen und nicht von unserem schönen Kuchen die Aufnahme beendet. Nein, wir sind tatsächlich ins Bett gegangen. Was für eine Schande. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal waren. Ähm, irgendwo waren wir auf jeden Fall mal. Wow, wegen einem Stein, das lohnt sich ja wieder voll hier. Ähm, ich glaube soweit ich weiß haben wir irgendwas mit der, mit dem Braustandraum gemacht. Ich glaube den haben wir fertig gebaut oder weitergebaut, wie auch immer. Das kommt auch noch da rein. Erde nehmen wir mit. Glowstone kommt da rein, Eisen kommt da rein, Bett nehmen wir mit. Hebel kommt von mir aus auch da her. Okidoki, dann fressen wir mal kurz was. Dann, 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 dann. Werden wir uns kurz eine Speed Potion schnappen, beziehungsweise zwei. Und wir werden uns, mhm, 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 mhm. Denn ich will noch gerne zwei Levels zusammenbekommen und dann werden wir wieder das Enchanten. Nochmal eine Diamantspitzhacke. Hoffentlich was Gutes. Denn ich will jetzt endlich loskommen von den Eisenspitzhacken. So, da vorne haben wir wieder ein paar. Tschüss mit dir. Tschüss, sterbt alle. Du auch mein Freund. Kommt ja nicht drum rum. Hm, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Hier haben wir nochmal einen kleinen Slime. Hier vorne haben wir auch nochmal ein Mittel darin. Den will ich, will mich gleich umbringen. Wie frechheit ist das? Ah, noch einer. Hier haben wir sonst keine mehr. Nein, leider nicht. Ich würde außerdem heute sagen, dass wir uns heute echt mal um Slime Farm kümmern. Ähm, damit dieses Projekt endlich mal abgeschlossen ist. Denn ich meine, wie lange bauen wir jetzt an dieser Slime Farm schon rum? Auf jeden Fall zu lange. Würde ich mal behaupten. Und dann bauen wir die heute mal so weit fertig. Füllen das hier alles noch auf. Und dann bauen wir die Wasserkanäle noch zu. und den Ausgang und den Tötungsraum. So habe ich mir das vorgestellt. Dass wir uns darum heute kümmern. Oder soll ich das auf was anderes, auf ein womögliches, zukünftiges Projekt setzen? Ja, ich glaube. Ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Wenn mir sonst nichts anderes einfällt, werden wir das machen. Und wieder eine Kuh aus. Das ist echt eine Frechheit hier. Und warum zum Henker ist das Speedzeug jetzt so weit drüben? Ich will das Speed ganz klein haben. Ich will sehen, wo ich was baue. So, wir hätten da rechts fahren können. Was wir auch tun. So. Und Gas. Gas wird gegeben. Zur XP Farm. Das ist eh nur noch ein Level. Und höher. Mit einer Speed Potion geht das schon ganz gut so. Ausgesetzt, man läuft nie irgendwo rein. Zack. Da sind wir schon viel schneller. Und da hinten sieht man auch ein paar Pläte da. Morgen, ihr Kühe. Das ist ja lustig. Und willkommen bei der XP-Form. Wie viel haben wir noch? 5 Minuten 39. Sehr geil. Hier ist schon wieder was fertig. Ja. Und ich hab irgendwas Gefühl, dass das zu laut ist. Ich stelle das mal ein bisschen runter hier, zack, und zack, und zack, die geben heute ja alle nur eins, das ist so eine Frechheit, zack, zack, so, gleich wieder ein paar neue Babys, das kommt da rein, Slime-Bälle haben wir jetzt natürlich dabei, macht das aber gar nichts, ähm, das da wird da schon, schauen wir mal, ob das schon reicht jetzt hier, äh, was haben so, siebenmal, achtmal, neunmal, aber jetzt wieder einmal nur so ein kurzer Hip dabei, deswegen stimmt das jetzt wieder nicht, ich könnte mein Eischenfeld nehmen, dann würde es gleich gehen, so, da muss man da Zombie-Rotten-Flash, genau, so, ein halbes Level noch, dann haben wir's, dann können wir uns wieder zurückbegeben, eigentlich haben wir jetzt auch Redstone, können auch mal die Farm jetzt hier fertig bauen, schauen wir mal, ähm, ich würde sagen, wir verbahnen das Ganze hier wieder, und setzen das Ganze ein bisschen woanders hin, ich find's hier direkt davor ein bisschen cheesy, das Problem ist halt, es muss halt in der Nähe sein, so, das heißt, wo sitzen wir den ganzen Scheiß, den dran hin, sie könnten hier ne Reihe machen? Ja, wir machen hier ne Reihe, weil das ist dann auch schon wieder außer-weiter, außer-reichweite glaub ich, dann, relativ bald sogar. Ach so, ne, so. Okay. So. Und so. Ne, ist auch scheiße, gell? Habt recht. Ja, dann schauen wir mal, wo wir die hintun. Die Kühe nerven. Das heißt, ab, da runter wieder. Ich hoffe, wir sind jetzt schon wieder genug da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Beschreibt's hier bitte zehn drauf. Neun. 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 Verdammt. Naja. Tja. Gut. Kennen wir irgendwoher, oder? Dann halt eben nur neunmal. Spawn. Spawn, spawn, spawn. Dankeschön. going compose. Ja. Du 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 du. So. So. Die können schon wieder Ist ja der Wahnsinn Ich glaube, dass es denen Da halt ein bisschen zu eng wird Aber es ist mir eigentlich egal Mich stört es ja nicht weiter Naja, da seht ihr übrigens, dass ich Ein neues Programm dran hab So Für Ein kleines Video hab ich das gebraucht Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Ein Nehmen wir mal alles glatt Drei 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 So Und wir sind Level 30 Wunderbar Ähm, ja, das Programm hab ich gebraucht für ein kleines Video Das Video wird wahrscheinlich noch nicht online sein Heute ist nämlich Donnerstag, ich plan das Video am Sonntag glaube ich hochzuladen, mal schauen Wann ich es dann wirklich hochladen Wann ich es dann wirklich hochladen Und Weil ich hab nämlich da ein bisschen was gelabert Aber das werdet ihr dann alles noch sehen Wenn es denn dann draußen ist So Wir laufen einmal da ganz weit vor So Und mit Na Speed Potion Geht es schon echt Richtig flott hier Und zurück Kommt mir das nur so vorher oder fährt man mit dem Boot dann auch schneller Ich finde wir fetzen gerade übelst Ich finde wir fetzen gerade übelst Wir machen jetzt erstmal zum Enchanting Table Raum Schnell vorbei, ne So Und Wir enchanten uns zuerst eine Diamantspielsacke wollte ich eigentlich sagen Haben wir aber nicht da Haben wir die nicht da Weiß wieder keiner Das heißt wir fetzen teuerst hoch Brrrr So Haben wir das wieder drauf Ich glaube da nehme ich jetzt immer so zwei mit Schadet nie Können wir uns hier schön hinstellen glaube ich dann Das Problem ist einfach das Inventar ist immer viel zu klein Jetzt mittlerweile wird es dann jetzt dann bald gehen Weil wir jetzt dann mit dem ganzen Eisenkrempel Äh Dann endlich mal wegkommen Aber Achso Diamanten Eins, zwei, drei Da 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 Vielen Dank.